So holen wir über Google Stand April 2024 eine Rezension ein. Zunächst müssen wir mit dem richtigen Konto eingeloggt sein. Wir geben hier My Business ein, klicken dann auf das Profil, das wir verwalten wollen und klicken dann hier oben auf Umrezensionen bitten. Dadurch kriegen wir diesen Link, den kopieren wir und schicken ihn an alle Leute, von denen wir gerne positive Rezensionen haben wollen. Das war's schon. Ciao.